wie es aussieht ist mercer noch auf der flucht also sei vorsichtig okay dann kann sie überall sein wenn ich eine überraschung dann sind wir zurück so was machen wir denn heute rennen fahren würde ich sagen wir brauchen nämlich hoffentlich haben wir jetzt ein glück heute mit dem kopf ist nicht so wie gestern wieso das war nicht schönes haben wir denn irgendwie was cooles das ist nur so dürftigen okay gut zu wissen haben wir nicht irgendwelche rennen hier rückkurs rennen wo es gibt gute fausboote dann nehmen wir das mal mit dann reisen wir da hinten hin und fahren das rennen ich habe gute und schlechte nachrichten die gute ist die league hast uns nicht mehr und die schlechte ich habe auf dem laptop ein paar speditionsrechnungen gesehen es ist nicht viel aber ich habe es rum erzählt sobald einer dieser trucks auftaucht erfahren wir davon und jetzt muss dein wagen so weit wie wie möglich auf ich habe das gefühl wir werden ihn brauchen jetzt müssen wir das mal auf level 30 kommen wenn wir weiterkommen das war so wie der nervenkitzel platz eins ist das ziel klein so so Okay, der scheinbar wird's wissen, der Gubel. Drei Runde, nochmal Zeit. Ich höre, sie werden mal ein paar Kopsi mitspielen wollen. Der war knapp. So, der Effekt. Aua. Wir rühren jetzt hoch. Ich höre, sie werden mal ein paar Kopsi. Ich höre, sie werden mal ein paar Kopsi mitspielen wollen. So, ich bin schon mal gekommen. So, ich höre, sie werden mal ein paar Kopsi mitspielen wollen. So, ich höre, sie werden mal ein paar Kopsi mitspielen. Komm weg. So. so lang ist noch stehen so die garage mit 14.000 mal 2 28.000 sehr schön nehmen wir mit 26 für 27 wird es wahrscheinlich nicht reichen nein natürlich nicht aber gut was geholt noch mal so eine nacht dann sind wir mit 27 so weiter geht's jetzt haben wir den Dex noch glaube ich der will noch ein Rennen fahren so So, ähm, machen wir denn noch was? Hat der nicht so gute Decks sich irgendwo noch gemeldet, dass ihr noch einen Rennen vor uns habt? Wahrscheinlich. Wo ist er denn? So hier oben, ne? Das ist mit nachts nicht verfügbar. Racing Story. Anstehende Reise ist das Decks. Ja, doch, es könnte nicht sein. Da muss ich doch noch mal, da fahren wir doch ein anderes. Dann machen wir das in der nächsten Folge erst. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Hier haben wir noch was. Kinderkram, aber ich habe hier noch was Schönes. Hier ist noch was Schönes mit 2007. Zwei Dinger da noch. Wunderbar, die würden richtig Kohle geben. Beziehungsweise Reputationspunkte. Ich glaube, wenn ich beide fahre, müsste ich den nächsten Level haben. Da wollen wir doch erst das Rennen, weil das ist jetzt irgendwie gerade näher. Und zwar ein Flankenangriff. Dann nehmen wir den noch. Da wollen wir doch. So, auf geht's. Der Vorsteller kann sich doch wacker da vorne halten, irgendwie. Nö, komm ruhig her. Fahrt ruhig, lass es ruhig die Heat zu versteigen. Spätestens am Hafen ist der Eweck. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's. So soll er ruhig kommen, wie gesagt. So, wie gesagt, sogar lieb. So, auf geht's. So, jetzt bin ich ein bisschen weit rausgekommen. So, da steht einer rum. So, wenn man nicht mehr weiterfahren kann. So, jetzt zieh durch. So, auf geht's. 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 So, ich will dann Tarek. So, auf geht's. 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 jetzt was ich schon die stufe drei und ich will ja ich war diese punkte keine ahnung das war stufe drei und ich habe kein ende in sicht so ich brauche eine garage endlich mal damit ich in die rege ob ich eine scheiß garage nichts in der nähe nichts in der nähe da oben erst haben wir klar dass noch ein kling kommen muss darf keiner keinen kopf mehr haben dann haben wir nämlich dreieinhalb richtig dickere punkte geben ja auch nüsse ich fahre jetzt schleunigst in die garage und dann haben wir mich richtig schön level richtig schön punkte da kratzer dank man darf auch nicht jede nacht irgendwas irgendwas zeigen sonst wird zur routine passt 27 2 level in einer nacht passt bin zufrieden viele neue motoren das dauert so fertig neue teile drin also es hat neue teile drin aber ich muss erstmal gucken was ich einbauen kann die motoren kosten richtig kohle ich bin doch einer hier der hier hinten 454.000 aber den kriegen wir jetzt auf stufe 39 ich bin einfach den neuen motor brauchen wir nicht eingebaut der ist drin ist okay aber ich brauche hier mal noch was eingebauen dafür ist mir noch die kohle aber hier 43.000 41.000 brauchen wir das heißt 18.000 machen wir sowieso danach naja warte mal da kann man nämlich das ding warte mal 33 ja da machen wir nämlich das ding ein gut dann mache ich ja mal feierabend ja da machen wir das gibt ja da machen wir das heißt ja da haben wir das heißt ja da ist 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 ja da